nach unserem strandtag sind wir unterwegs gell direkt laufen wie so waschlappen durch die straße alle sind gestylt und schön angezogen und wir wollen so mit strand sachen schlappen ganz natürlich ist total schön hier kommt vor als wassivester oder so man sieht wunderschön kalle da oben und unten drunter also die burg und unten drunter hier überall wunderschöne lichter hat was von silvester richtig schön wir haben uns den kindern angepasst und die kinder unbedingt hier herkommen wollten in die stadt gehen wollten sie sagten wir wollen dorthin wo die disco musik ist also gehen wir dorthin wo die disco musik ist ja überall ist gerade auch live musik disco musik hier kriegt man einblick wie das hier gerade aktuell nachts belebt ist hier haben wir wunderschöne lichter selbstgemachte lichter aus kürbissen die sehen echt wunderschön aus ja und hier steht ja auch alanya und hinten dran ist auch gleich barlach sogar sogar die straße wo die ganzen basen die night nacht klub sind wir kommen aber wird ja haben wir ungefähr kurz nach zehn und es ist enorm belebt ich bin schon drauf ja schön wir dürfen auch als eltern abends das ist sehr schön die kinder haben uns jetzt motiviert und gesagt wir wollen bauen wir wollen dorthin wo die musik ist und das ist auch mal eine abwechslung für uns und sehr sehr schön klar laut aber es macht auch spaß wir haben es sehr ruhig bei uns dort wo wir leben da tut es gut auch mal ein bisschen unter leute zu kommen und viel musik zu hören ja ich hoffe man hört uns weil wir haben ja sehr viele nebengeräusche und ich schreie schon in die kameran hier rein aber wir nehmen euch wieder mit und zeigen euch was es noch heute hier so abgeht ja es ist echt wunderschön sieht es aus und es tut auch mal gut auch mal in die zeit mal auch hier zu sein dann sind wir ja meistens glaube ich das dritte mal glaube ich erst nachts hier du auch oder? das dritte mal, Tuba? ja das ist gerade ein nachtglück, da gehts ab und die Tuba fängt schon an zu tappen das ist gerade ein nachtglück, da gehts ab und die Tuba fängt schon an zu tappen Ich kann sie tanzen. So, jetzt nenn mich einfach auf. Ohne Worte, weil es sind sie einfach zu laut. Barra Soka beginnt hier. Ohne Worte kommt, young man! Da werten mich spain für die alte Art Anstatt. So, jetzt nenn ich jeden fertig. hoard rein auf. Ohne Worte. Weil ich das kennacht. Ich bin sehr � illeg. Ich bin sicher hier. Ich bin hier in Dsch. Jawline Worte. Ich bin hier in Dsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier geht es voll ab. Ja, die Leute sind alle gut drauf. Feiern, wo du gehört bist. Ich hoffe, man kann mich hören. 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 Ich hoffe, man kann mich hören.